Wir werden die Ukraine unterstützen beim De-Mining. Da wird es eine Ausbildung geben in Deutschland, in Städten am Kalten Markt, in der Kampfmittelabwehrschule. Es geht darum, ukrainische Soldaten auszubilden bei der Minensuche, bei der Minenräumung, beim Beseitigen von Sprengfallen. Warum gehört es nicht zur Strategie, nicht nur Deutschlands? Ich bin sehr glücklich, dass wir heute mit Christine mit dem De-Mining-Training anbieten können. Genau wie mein Kollege hat gesagt, trainen die Trainers, die auch Equipmenten geben, und wir werden sicher, dass sie es so schnell wie möglich auf dem Boden nutzen können. Es ist also eine direkte Antwort zu einem ukrainischen Request. Uns ist es wichtig zu unterstützen in diesem Bereich, aber Deutschland wird auch darüber hinaus unterstützen, beispielsweise jetzt auch bei der Anfrage in Bezug auf ein Winterpaket. Wir werden also beispielsweise Material zur Stromerzeugung, Zelte, aber auch Winterausrüstung liefern. Die Liste vorgelegt mit ihren Anforderungen, da steht es zwar auch drauf, aber sie schreiben ja auch Transition to Western Origin.